Cheerio Freunde, ich bin Lelkowus-Brain oder einfach Dianik und möchte euch nur ein kleines Shout-Ober am Anfang geben, dass das hier eine Stream-Aufzeichnung ist. Aber Pony Island ist so ein unfassbar gutes Spiel, dass ich das unbedingt auf den Let's Play-Channel bringen wollte. Also viel Spaß mit diesem vielleicht nicht unfassbar 4K-Auflösungs-Video. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß beim Zusehen des Videos. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video findet, während ihr es schaut. Und wenn es euch gefällt, lasst doch ein Däubchen nach oben da. Wir sehen uns. Okay, alright, 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 alright. Gut, Pony Island. Ich bin sehr gespannt. Wir werden die Lautstärke von dem Spiel noch ein bisschen runterregeln, weil viele auch gesagt haben, mach doch mal doch ein bisschen leiser. Aber trotzdem muss es ja ein bisschen dröhnen sein, denn es soll ja ein bisschen... Ah, Gruselmusel. Den Chat habe ich jetzt nicht eingeblendet, weil ich finde das selber immer so ein bisschen störend, wenn man die ganze Zeit den Chat im Bild sieht. Aber gut. Okay, Options. Man kann hier irgendwie Sachen anklingen. Ein Warn-Free-Ticket. Gut, ich habe ein Ticket gekriegt. Awesome. Ähm. Das anscheinend nicht. Fixed Start Menu. Oh, oh. Okay. Ähm. Das ist... Okay. Gut, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal durch. Ich kann den Chat noch lesen, ja? Gut. Start Game. Was ist das? Check Start. Start to leave. Enable Start. Start. Start to leave. Wir haben jetzt den Starter angemacht. Okay. Das ist mehr oder weniger ein Horror Game. Daniel sagt es auch schon. Ich bin sehr gespannt. Loading. Dann wollen wir nochmal schauen. Okay. Was macht der denn da schon wieder? So. Load Game. Okay. Man muss also so ein bisschen hier... die Corruptions auflösen. Du musstest es einfach fixen, oder? Okay. Okay. Hi. Willkommen zu Pony... Okay. Cool. Oh. Das war schwer. Okay. Das Spiel ist sehr nervend aufreibend. Ich weiß nicht, ob ich das über Zeit lange hinkriegen werde. Um Gottes Willen. Sehr gespannt. Okay. Ich glaube, wir haben gleich das ein... Ja. Cool. Was ist, wenn wir das jetzt einfach durchlaufen lassen bis zum Gehtnichtmehr? Was passiert dann? Ja, also ihr wisst, ich bin ja Pro-Gamer. Ähm... Das mit dem Leveln geht bei mir immer sehr schnell. Ich kann das. Ich lasse es jetzt mindestens durchlaufen bis zum Level 100. Ich will sehen, was dann passiert. Das interessiert mich nämlich schon. Freihandich. Freihandich. Würdest du nur so schnell ein Black Ops Leveln? Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Ah. Overflow Error. Okay. So weit geht's nicht. Daniel meint schon mal so... Boah. Ich bin halt wirklich fast dagegen gelaufen. Ich muss die ganze Zeit auch so nach solchen Glitches Ausschau halten. Das werde ich dann jetzt auch mal tun. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Okay. Okay. Sehr interessant. Okay. Sehr interessant. Ja. Das muss ja da runter fallen und der muss da rüber geschoben werden. Dann fällt der hier so rüber. Not proceed. Not proceed. Crash game. Okay. Wir werden glaube ich jetzt das Spiel zerstören. Experience... Muttergottes. Äh. Okay. Wir können das Fenster einfach zu... machen. Was zur Hölle passiert hier? K.exe. D.exe. Corrupted. Pony Galaxy. Guck mal. Das klingt doch beinah süß. Oh guck mal hier. Yay. Oh cool. Da kann man... Boah. Ich werde das Spiel durchspielen. Ja. Ist das cool. Jawoll. Passiert da irgendwas im Hintergrund oder kann ich jetzt einfach hier die ganze Zeit das Spiel spielen bis ich rumfalle? Kann das Spiel bestimmt bis zu irgendeinen Score spielen. Und dann kriege ich auch wieder so einen Freak. Komm hier grad viele Viecher. Äh. Ich hab verloren. Okay. Gut. Missing no. Ah. Hell.txt. Ähm. I have been trapped in this game. For what feels like an eternity. Endless playing. Help. Endless testing. Okay. You have message. Okay. Mir wurde geschrieben. Hallo hallo. Bist du da? Kannst du diese Nachrichten sehen? Bitte antworte mir. Sprichst du Englisch? Musst sie doch sehen. Aber dich interessiert's gar nicht. Aber warum solltest du? Antworte doch endlich. Es tut mir leid. Du solltest das nicht durchleben. Okay. Was war das? Hallo hallo. Kannst du das jetzt sehen? Bitte antworte doch hallo. Hello. Oh. Mein Geist wird antworte. Hallo. Wer bist du? Ähm. Wer bin ich? Ähm. Dickhunter. Hallo Dickhunter. Ich bin ein Prisioner von dieser Maschine. Tut mir leid. Ich kann bei solchen Spielen nicht ernst bleiben. Ich muss mich dann auch Dickhunter nennen. Ich will nicht, dass du panischst, aber es ist möglich, dass du das gleiche Leben verhältst. Ich habe einen Plan, aber ich habe nicht die Möglichkeit, es zu exekuten. Du musst mir helfen, Dickhunter. Willst du mir helfen? Sure. Dude. Was war das? Hallo wieder. Oh. Wer ist er? Ähm. I have another message. Antwortet der mir jetzt noch? Ist der tot? Warum meine Eins? Ich will mal eine Ausrufezeichen machen, aber da ist dann so eine Eins. Deswegen. Ähm. Okay. Antworten wir ihm. Hallo. Du musst gut über dich fühlen. Du hast deinen Weg aus Pony Island. Ja. Der positive Feedback-Loop für die Mondein-Jumping-Taske war nicht genug genug für dich. Das Spiel war echt einfach. Das stimmt schon. Wer ist dich messen? Oh Gott. Eins, fünf... ...at? Ist das ein At? Ich kann den... Ich weiß nicht! Rot, egal. Nicht menschen hier anderen. Jetzt mein Plan. Es sind drei Core-Programm-Files, die dieses gesamtes System aufhängen. Verlösen. Verlösen einen einzigen Einzelnen wird die Kraft, die er verhält. Aber wir müssen alle drei, um wirklich zu weg. Okay. Wir antworten dem anderen jetzt nicht mehr. Verstehst du mich? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wer redest du mit? Äh... Das... Das klingt so, als ob ich jetzt gerade ne Freundin hab und mit einer anderen schreibe. Ich fühl mich sch... Ich fühl mich schmutzig. Das ist nicht richtig. Ich mag das nicht. Ähm... Jetzt kann... Hallo? 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 Der eine antwortet jetzt schon wieder nicht. Da muss ich jetzt wieder auf dem anderen antworten. Das ist ja voll doof. Ähm... Ähm... Äh... Ähm... We will see what you think of it this time. I ask you not to talk to him. Woher weiß er das denn jetzt? Hey, wait. Enough of the... What? You are mine now. Say yes, master. Fuck you. What? Was? Wenn ich irgendwas anderes schreiben würde, schreibt der yes, master. Ist das arschig. Thank you. Ich kann meine Maus nicht wegbewegen. What the fuck? Okay. Ähm... Ich kann noch niemand mehr in die Options. Was ist das? Enter the password. Enter back to leave this place. Wir haben kein Passwort von daher. Start game well. Improved loading times. Okay. Aua. Das... Hä? Was soll ich denn gegen die machen? Hä? Da ist irgendwas. Okay. Ähm... Das kriegen wir hin. Da ist aber noch was versteckt. Das ist super interessant hier alles. Wie lösen wir denn die Corruption da? Können wir das nicht schon vorher nach da schieben? Print Ticket. Dann wieder nach da und dann runter. Da. Nach links. Und runter. Okay. Okay. Wir haben ein Ticket gekriegt. Das ist ein Anfang. Wir... Wir haben was getan. Okay. Okay. Ich hoffe nicht auf einen Jumpscare. Ich weiß nicht was ich gegen die machen soll. Aber hier ist sonst auch kein anderer Glitch, oder? Warum erinnert mich das an Undertale? Uh. Undertale ist weit gegriffen, um das hier mit zu vergleichen. Ich kann jetzt in die Op... In die Options. Obscure Options. Pony Physics. Advanced RNG. Well. Ich hab alles gekillt. Quasi. Danke für deinen Subscriben, Jackie Tele. Sehr, sehr cool. Freut mich. Willkommen in der Brain Chacho Armee. Ich hoffe du hast sehr viel Spaß. Und jetzt viel Spaß weiterhin beim Stream. So, hab ich jetzt irgendwie geschafft die Gegner zu killen? Ich weiß es nicht. Ne, die sind immer noch da. Könnt ihr mal bitte gehen? Ich mag euch nicht so. Hey. This is painful. Das ist schmerzhaft selbst für mich. Hör auf es zu versuchen. Und guck woanders. Stimmt, hier hab ich noch nie nach Glitches gesucht. Aber hier sind auch keine. Okay. Advanced Options. Muss ich das vielleicht... Ah. Advanced... Options. Aha. Advanced... What the fuck? Warum ist da oben ein fucking Herz? Hellfire. Was passiert wenn wir das auf alle volle Pulle stellen? Wir haben das Herz zerstört. Nice. Auch gut. Ähm. Okay. Advanced Gameplay. Old Prototype Options. Ein freier Wille. Das wär schön. Really useless Options. Ja. Better Options than this. Cheater. Cheater. Ich werd das nicht zulassen. Ey, Kollege. Moment. Wie kriegen wir hin? Ähm. Well, der darf ja eigentlich nicht da landen. Kann ich das mitten, wenn er runterfällt ändern? Kann ich. Cool. Okay. Increased Size. Das kriegen wir wohl nochmal hin. Okay. Gut. Kriegen wir hin. Alles gar kein Problem. So. Ah ne. Da kannst du ja noch runter. So. Okay. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Gut. Wir sind hier grad gut am hacken, meine Freunde. Wir kriegen das hin. Komm schon. Das gibt es doch nicht. Gibt's hier noch irgendwo so ein Teil, was ich anklicken könnte? Da. Da. What the frick. Ähm. Nach da. Nach da. Oh nein. Nein. Er darf auf jeden Fall nicht auf so ein rotes Teil drauf fliegen. Das ist nicht gut. Ist. Na. Wo? Er ist drüben. Jetzt haben wir's geschafft. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020